der Lotte hier ist ja nicht mehr und stelle ja mehr heute bin ich dann okay dann ebenst der spieler ich bleibe da ja okay wenn er in den letzten Jahren das reicht auch bla du kannst mich auch als König anbieten okay oder kaiser okay nein ich spreche dich jetzt nur mit Königmann ja ich würde gerne das hören okay tut mir leid schlag nicht um bei mir ist die Katze noch nicht ich hänge im Ladebildschirm fest jetzt kommt der Ladebildschirm jetzt kommen die Katze so jetzt kann ich fahren nochmal so eine Mission ja weißt du dann wahrscheinlich endet genauso wie vorhin hallo Harry ja tschüss Harry komm wir fahren jetzt in den Felsen oh nein ich hab mich gedreht oh nein und zack direkt zum nächsten Sprinten zum nächsten Checkpoint und wie läuft es bei dir König ah ganz gut ich bin hinter dir 300 Meter ja ganz gut ich bin nur schlechter als du na gut ich cheat hier auch ein bisschen denn Offroad fahren ist das Beste was es gibt und Gas gegen jetzt jetzt kommt eine Gerade eine Halbwegs Gerade ja du da ist ein Checkpoint ne ich würde ihn einsammeln nicht bei mir so ist doch okay dass ich so nach unten fahre ja so YOLO 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 war sogar erfolgreich stell dir mal vor bei mir nicht ich bin im im Grab nein mitten auf nem Felsen aber jetzt muss ich dir auch noch folgen weil man hier über diesen Berg muss E-Tro aber irgendwie ist ja Deutsch so mega schmal der zwar hoch aber dünn das ist trotzdem schlecht das sieht so komisch aus einfach CW-Wert keine Ahnung 1000 warte ist 1000 gut oder schlecht beim CW-Wert ist was höheres jetzt besser oder was nicht ich weiß gar nicht was der CW-Wert ist die Effizienz vom Fahrzeug im Windkanal keine Ahnung also die Luftwiderstand kurz gesagt ja ist mir schon klar ich glaube wenn der Luftwiderstand niedriger ist ist es besser oder ja ich weiß ja nicht ob das jetzt genau Luftwiderstand heißt naja und wo er solch ein Wissen hat ist er jetzt nicht gesagt wie hoch der CW-Wert ist du könntest das mal googlen joa was auch sonst hab ich hab auch nichts anderes nein oh schmutzfink schmutz er folgt freigeschaltet der Schatten ah ich hab glaub ich hab äh schmutzfink schon weil ich damals ganz oft mit meinem komischen Geländewagen rumgefahren bin oh Gott plus plus 30 bremsen bremsen ja so zurück wie das war's jetzt das war's jetzt nee oder naja jetzt kommt ne Cutscene ok jetzt hat Harry gefickt tut mir leid Alex das wollte ich nicht was ist los der hat ne Bitch aber es sieht nicht gut aus er will mir einfach nichts sagen und ja die Bitch ist der Mini Cooper das war's jetzt alter nicht dein Ernst hi Alex was hält dich auf also ich reiß mir den Arsch auf um die Schulden von so nem Psychopathen zu begleichen ich bin sauer auf Harry und brauch dringend ne Dusche ich hoffe schon seit Tagen in der Kiste reiß die Zähne zusammen es gibt noch mehr Arbeit check deine Karte und bleib am Ball Zoe out boah ist dat ne scheiße für das dieser hat jetzt gar nichts gesagt diese Story Mission oh give it don't oh auf frischer Tat so jetzt aber da wird jetzt aber das ist der da kriegt er jetzt aber eine geklatscht das ist der Tagebau ich fahr definitiv nicht durch New York das kann ich dir mal sagen ja toll Tagebau ist noch weniger FPS also du hast die Auswahl hey wie ja im Tagebau sind extrem zu wenig FPS ja ich hab ja auch gesagt dass ich nicht doch ich fahr zum Tagebau aber ich fahr nicht durch New York durch achso sag mir gleich erstmal hier drüber fahren kann hier war eine normale Straße ne die nehm ich jetzt nicht äh muss ich echt durch New York? nein äh muss ich doch gar nicht ich muss erstmal hier den Berg hochfahren weißt du noch wo ich mit dem LaFerrari auf so einer Dreckstrecke den Berg hochgefahren bin? ja klar ah guck mal da hinten da drüben müsste unser Ziel irgendwo sein ja da ganz weit hin in 10 Kilometer Entfernung so bei mir wird es jetzt schon dunkel joa ist schon ziemlich dusch da bei mir äh ah da stand grad du warst 103 Kilometer von mir entfernt achso so manche Straßenführung sind echt sinnlos oh ja da hätte man auch einfach die gerade ausziehen können anstatt so ne Kurve machen zu müssen jetzt ohhhh laut dir wird eh jede mehr plus aus Geraden bestehen aus einer einziges geraden Betonfläche oh nein zurück auf die Straße ahhh fick dich na endlich eine vierspurige Straße fährst du denn lang aber die Schnellstraße ok ok dann sehen wir eher das also du musst Serpentine fahren und ich kann gerade hoch fahren und fahr 300 ok dann wirst du ja erster da sein ja ich werde hier geradeaus fahren und nicht links abliegen ja ja manchmal ist die Straßenführung doch nicht so schlecht vor allem wenn ich diese scheiß Leitplanken sind oh das gibt es nicht was das habe ich mich irgendwie hochgemogelt jetzt in der Leitplan ne 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 achso du wolltest keine Serpentine fahren genau so das ist ja so komme ich schneller voran mein Lamborghini Aventador wie bist du jetzt auch auf einer schnellen Straße aber trotzdem bin ich mit dem schneller den Berg hoch auf Dirt da fährst du nicht auf Dirt ne ich fahr hier auf keine Ahnung einfach Asphalt im Nirgendwo keine Fahrbahnmarkierung kein gar nix einfach eine asphaltierte Straße ich soll jetzt den 510 Schlitten klauen ja hat der mir auch gesagt mal sehen ob er jetzt vom Harry ist oder nicht so auf 4 Spur ne keine 4 Spurige Straße schön wärs aber ne nein kann man mal jemand sagen warum der mich hier außen rum führt ah weil es Dirt ist ok oh nein ah 4 Spurige Straße Gas geben da ist noch mal ausgebrochen da ist noch mal ausgebrochen Aventadoro das ist eigentlich ziemlich selten ist so ich bin gleich da ja nach dem Ding hier muss jetzt Katzen oh nein ich fahre jetzt nicht gerade den Berg hoch so jetzt muss hier wieder rechts auf ne zweispurigen Straße ok jetzt wird wohl mal ein Rallye Schlitten rausgeholt bis sie gleich mal da ja warte gelände okay doch eher gelände Opsala ah ja ja was auch sonst ach guck du bist mir gefolgt ja im Tagebau sinkt die FPS gerade aus irgendwelchem Grund ok wir haben gleich 45 Minuten ah oh lol haben wir hier echt viel geschafft diese Folge ja mach mal bis 50 weil ich glaub so zwischendrin immer oder beziehungsweise bis 17 oder 18 weil zwischendurch immer diese äh diese Katz die haben glaube ich ein bisschen Zeit gezogen die habe ich ja auch überhaupt nicht kannst du diese Mission starten danke ja kann ich äh wo ist Y und da ist Y schlimm zwei Tage nicht am Computer gewesen schon weiß ich die Tasten vom Gamepad nicht mehr boah das ist hell bei mir ja ne ich steht's nicht auf den 70 wäre unbequem bei mir ist es aber dunkel ich hab den Autodee ja war es nicht so ein 370 Z übrigens das Gelände erinnert mich irgendwie am einen Lamborghini Prozent muss jeder alle daneben und neuer fährt gerade aus in den Tagebau oh ja da sind die FPS ja ja ich kann kaum noch fahren so niedrig sind die bei dir ist ja niedrig schon drei oh Gott jetzt bleibt der da stehen fahr doch weiter oh man oh komm schon komm dran 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 du musst leider ich rate mal wo ich jetzt langfahre Pisser Pisser Hasten? nein nicht ganz wohl leicht so ein Sprungschanze Pisser Aaaaah den kriegen wir oh ja genau das war jetzt auch voll logisch logisch ah ja ich hab ihn mal abgezogen du bist ja vor mir warte das muss man gleich ändern ja weißt du wenn ich ihn überholt hab dann gibt er erst Gas so ja 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 weg weg fahr weg ah ha 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 ja sorry ging nicht wirklich ah oh ich drehe mich die ganze Zeit Dachtest du wirklich du entkommst? ah nein nein ich spring über den Ober der hat doch nur noch eins oder? ich drück auf die Straße ja der hat nur noch einen bei jedem Titcher ist er tot und den mach ich jawoll ah gut zum Glück oh dann haben wir sogar perfekt 15 Minuten grad gut dann können wir jetzt auch nach der Cutscene mal cutten nach der Cutscene cutten Badum Mission erfüllt ok sein Auto sieht leicht ramponiert aus Bronze macht mir minus 39 Silver ja gibt's jetzt wenigstens was bitte nimm was du willst und lass mich gehen woher ist der Wagen? was? ich äh gekauft von wem? der Mann? ich glaube er hieß Harry? hau jetzt ab und bleib weit weg oh ah kein Blut gehießen sorry er ist dein Kopf verdammt gut warte jetzt kommt noch Zoe bestimmt ja mein Problem welches? der Typ der die 5-10-Wagen geklaut hat es war lol wow sicher? ja ne Ahnung warum muss was mit der Frau zu tun haben die bei ihm war ich gerade gut dann machen wir wir danken ganz fürs Zuschauen wenn euch zu gefallen dann lass den Daumen hoch da ich fahr jetzt in diesen Schaufelbagger rein und sehe was passiert lad mich weggauen und bis dann tschüss 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 tschüss